Das Tempo in unserer Branche ist hoch. Knappe Timings, schnelle Meetings, kurze Pausen. Immer dabei Kaffee, Tee oder eine Portion Nervennahrung. Bei über 180 Personen bei uns im Unternehmen kommt einiges zusammen. Teller, Tassen, ganze Gedecke von Meetings und das alles zur selben Zeit. Ja klar, wir haben ja auch keine Zeit. Deshalb Profilein von Miele. Hier passt alles rein. In weniger als 20 Minuten ist alles sauber. Und jetzt bleibt auch dieser Meetingraum ordentlich. Projektmanager des Monats würde ich sagen. Hast du nicht ein Meeting? Ich bin nur 17 Minuten fertig.